hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer neuen folge space marines 2 mit dem idl thriller wir spielen die kampagne weiter und wir fliegen auf die auf die neuen planeten auf dem dritten planeten so wieder mal schauen mal schauen machen wir alle fertig wie immer oder genau genau dem erium heißt dieses dieses planet na gut ja ich spiele jetzt übrigens nicht mehr für den dunkelhäutigen ich bin jetzt der andere landung in einem kampfgebiet zwischen feinden und brennen frackteilen in der flugbahn exakt wird mein erstes mal der kodex astartes ist gegen solche aktionen aber irgendwie habe ich lust drauf bleibt zusammen wir können uns nicht neu formieren wenn wir getrennt werden 60 sekunden helme ich bitte um entschuldigung für mein verhalten auf aber ja ist auch richtig so ich habe euch einfach so mistraut euch fast getötet ja übrigens habe gelesen diese bolzen in seinem kopf das sind dienstabzeichen für alle 100 jahre im dienst das heißt der ist über 400 jahre alt der tisch ich habe mir so auf youtube kam da so ein teil so was bedeuten dieser bolzen jetzt wisst ihr dass dass diese gold also goldene bolzen wenn sie golden sind bedeuten 100 jahre im dienst und silberne bolzen bedeuten 50 jahre im dienst er hatte schon ein älterer herr würde ich mal sagen der herr titus hat sich gut gehalten für seine 400 jahre schlappe 400 jahre das hat mich erwischt ich habe mich an die stelle ok ok mitten rein heilige scheiße mensch so viele menschen im weltraum ich nehme an wir spielen die selbe sequenz hier ja ja wir spielen die selbe sequenz drache drache okay 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 oh mein controller ist verrückt er vibriert wie der wie wahnsinnig ok lädt er ja er lädt zum glück zum glück ja es kommen leider auch keine updates dazu ich habe gelesen dass es momentan mit dls nur mit dls s2 läuft also kein dls s3 oder 35 und auch kein fsa 3 mit frame generation aber die haben geschrieben dass sie es planen nachzuliefern ja eine woche danach haben sie einen mini patch rausgekommen ja ja genau genau nein das ist auch ein bisschen her macht den weg frei ich hab ja den namen schon ja kacke das ist noch nicht alter schalter dünn eh oben hinterhalt von heretikern bääääm zack kann ich dir irgendwer hoch springen und wow der brot kommt immer weg da der typ ja 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 deine heresie hat ein ende deine heresie hat ein ende mensch ey was schießt mich da in diesen kleinen bäääm das gewehr fühlt sich einfach übel mächtig an bäääm bäääm äh 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 wann müssen wir denn irgendwas abzugrafen so ein datenhack oder so keine ahnung ich habe schon die ersten co-op mission gespielt und dort ist das so ja ich weiß nicht ob sie sich das bei helder was abgeguckt haben denn du musst du musst dort äh also du gradest deine waffen ab und ähm wenn sie halt ein level erreichen musst du musst dort äh also du gradest deine waffen ab und ähm wenn sie halt ein level erreichen musst du ähm brauchst du solche ja solche crafting gegenstände die du in der welt findest es gibt einen ähm ähm einen grünen einen äh pinken und einen goldenen gegenstand aber er zum beispiel ich habe bei der ersten mission gesehen er liegt immer an der gleichen stelle hat man das ist was du hast du du hast du du hast du ja auch ein cooler namen es ist kein raumschiff das ist eine schlachtbarke die heißen diese raumschiffe heißen der schlacht wagen moni aufgefüllt nicht mal so ein scharfschützen wir probieren aber lange ja na gut ich versuche es mal hey warum schießt ihr auf mich? seid ihr verrückt geworden? ja man macht aber viel schaden ja ich meine in der mitte keine ahnung doch hier kann ich nur da ja das ist ein hexer den kannst du erledigen oh Gott boah so bam ähm alle erledigt was er ist nicht tot schon Junge hast du nur so? ja gute sequenzverlekorde also das war jetzt kein normaler nein das war so ein Hexer keine Ahnung nein nein exekutieren ja apostat bestraft noch ein altar der zerstört ihn gerne gerne blok alter zerstört da oben der einschlag wird hier alles verwüsten halt er wird ranzaner äh heretische Hexerei Wahnsinn aber so kommen wir zu unserem Ziel könnte eine Falle sein skatitsch die Zeit ist knapp wir gehen das Risiko ein vorwärts zur Kathedrale geht vorsichtig weiter was ist da oben hm der schlaffene Riese wird schon bald erwachen Bruder wartet auf unser Signal neun Schlöscher neun Schlöscher neun Augen die nicht schälen Brüder hört ihr das? Burgs Geister Stimmen ignoriert sie neun Zahlen oh fuck neun Wörter neun Augen ich bin runtergefallen ja ich ich hab'n Dash nach vorne gemacht und nicht äh hochgesprungen also ich hab ähm Y oder Dreieck nicht gehalten neun hm ärgerlich ähm Kettensägenschwert oder Hammer mhm lieber Hammer äh hier ist ein Datenblock das ist perfekt er sucht vor geflüstern gedanken ist ohne gesagt ich aus erwähnt ich auch du sagst Stimme ja gedanken ist ohneX in meinem Kopf schwachen was sagt er was ich will tun sollest ich tun was er sagt so gedanken ist ohneX zusammen stärker zu befehlen gedanken ist ohneX nur einer leben darf Krepiert aber lange Gegner Nicht nachlassen, wenn wir zurückgedrängt werden, verfehlt ihr Adios gezielt. Wir lassen doch nicht nach. Nichts wird uns davon abhalten, dieses Monstrum zu falsch zu tun. Wir werden erst eine Ruhe finden, wenn dieser Turm gefallen ist. Bäm! Kommt, ihr vom Bord verdorbenen Bastarde! Haha! Seht, wie eure falschen Götzen fallen! Mensch, diese Sprüche, die sie rauslassen. Seht, wie eure falschen Götzen fallen! Heilige Scheiße! Bäm! Oh, kacke! Oh, fast runtergefallen! Das sind schon dicker, oder? Das wurde zahlreicher von Signalstörungen verursachte Fehler erkannt. Bäm! Okay, der heißt Terminator. Diese Klasse, äh... Bäm! Mensch... Boah, Gott, das ist eine falsche Knoppe drückt. Boah, jetzt nochmal ziemlich viele von denen... Bäm! Aua, Aua, Aua! Okay, haben wir das geschafft? ja das war ein antrieb die schwert von atreus wird ihrem namen wirklich gerecht das verschafft uns so lange der feind aurora steuert stehen unsere chancen schlecht wahnsinn wahrscheinlich versucht er das gerät zu benutzen treffen wir dich in fleisch und blut und nehmen dir dein leben ich entweihre diesen heiligen und ich entweihre diesen heiligen mit herrätiger blut oh gott meine nase läuft die dort nein juckt genau wie wo mich da so ein flammwerfer typ attackiert das wird noch nützlich sein magos ekaterina malvolos analoges becker block 8.6.c21 p entschlüsselungsverfahren von datenmetaset unbekannte herkunft ist zu 0.1% abgeschlossen hier bleibt einfach nicht genug zeit um soviel die jeweils zu analysieren die großen sind eingegriffen und wir haben uns reinkommen und gerade erst begonnen er könnte auch besser hier nicht zu etwas von wesentlichem wert führen das ist besser etwas zu tun als in ehrfurcht vor der enormen tragweite dieses funks zu erschnachten was oh kacke oh was verbindung unterbrochen nein nicht euer ernst bei mir geht es weiter echt? bei mir nicht mensch bei mir steht laden der ressourcen na gut muss mich gleich nochmal also mach nicht weiter muss mich dann einladen verbindung unterbrochen ja zum titelbildschirm gerne ja gerne danke mensch das ist aber ärgerlich das erste mal dass es sowas passiert dass eine verbindung unterbrochen wird ja stimmt ich mich einladen? äh ja kannst du es machen okay es raus schauen wir mal ob es jetzt besser ist äh ich habe keine einladung bekommen mensch mach nochmal hm ah warte ich muss neu verbinden ich bin gar nicht verbunden na gut dann warte ich noch ja steht bei mir die verbindung zu dem dienst von wohnhammer space marines wurde unterbrochen ok machen wir mal einfach einen neustart also heißt das dass ich hier das video cutten und dann gleich geht es dann weiter so meine lieben freunde wir sind wieder da nach einem neustart von dem spiel hat es funktioniert ok ok wir sind hier oben ha 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 wir sind ja hübsch na 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 gut nichts was ich benutze na hmm na na ach na wir sind hier auf diesem wahnsinn zu stoppen Bäm. Bäm. Lass du ihn? Mhm. Ich hab's nicht findet Feuerwerk. Mensch, ich muss gucken, was ist eigentlich von dem Typen, die Spezialfähigkeit ist. Das habe ich irgendwie noch nicht ausprobiert. Aber ja. Oh mein Gott, die teleportieren sich einfach zu mir. Boah. Okay, ich hab jetzt angeguckt, was er macht. Und, was macht er? Äh, ich weiß nicht, der schreit und dann kommt da so eine, ähm. Der Heiko. Naja, genau so. Eine Explosion von ihm. Das ist nicht der Standort einer Mechanikus Makrowaffe. Eine Ausgrabungsstätte. Ja, unser Weg führt in die Tiefe. Kommst du? Hm, weiter. Bereit für Spezialtaktik. Kairon an Resilient. Betreten Mechanikus Ausgrabungsstätte. Bitten um Karten des Gebiets. Kein Zugriff auf Anordnung des Adeptus Mechanikus. Hier spricht Leutnant Titus. Hm, lass mal einen Brenner. Probieren wir mal den. Lass mal einen Brenner. Abgelehnt. Aurora Siegel benötigt. Identifizieren Sie sich. Wie beschissen. Nee. 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 Lieber den schweren Bolter. Mehr Heretiker. Wir sind auf der richtigen Weg. Wir sind auf der richtigen Weg. Wir sind auf der richtigen Weg. Was? Wo wächst das? Wo wächst das? Wer weggeschlagen? Oh Mann, krass. der trüder mal ist wieder dieser terminator habe ich mir oder auch nicht Oh Mensch, das gibt's doch einfach nicht Jetzt ist er Hä? Oh Gott, da kommen ja noch mehr von denen Ja, warte, ich muss da reinlaufen und dann meinen Teil zünden Bäm Riedel dieser Teleportationen, die Nerven Bleib doch mal stehen Na gut Ein Machtfragment der dunklen Götter, sagte Nemeroth, der Verräter Glaubt ihr das? Ihr glaubt es Ich dachte, es sei zerstört worden Anscheinend nicht gut genug Dieser verfluchte Erz Magos Wenn es von Verderbnis befallen ist, müssen wir es für immer zerstören So ist es Die Luftschleuse führt in die Minen Gehen wir rein Quarantäne-Zone Dekontaminierung erforderlich Führer biologische Leidung in der Kammer durch Mikrobieller Index liegt bei 1,2% Beginne Sterilisierung Kaum Anzeichen von Leben auf diesem Planeten Das ist eine Gruftwelt, Bruder Sie gehört dem Tod Okay Schön zu wissen Aber Das haben wir schon gemerkt Bei den ganz vielen Grabsteinen Die wir kaputt gemacht haben beim Gehen Stimmt Können ja nicht mehr so viele Leben Mikrobieller Index wurde auf 0,01% reduziert Sie dürfen weitergehen Dankeschön Das ist nett Interessante Brotfall Schade, dass die Kammer keine Verderbnis entfernen kann. Dafür sind wir zuständig. Boah. Alte Ruinen. Vielleicht zur Tarnung ihrer Forschung. Wohl eher das Forschungsobjekt. Die eingravierten Figuren sind ungewöhnlich. Ist das eine Reliquie? Von Narren eingraviert. Lange bevor der große Kreuzzuggerät erleuchtete. Sie stammen nicht von den Anhängern des Warp. Woher wisst ihr das? Das wirst du bald selbst sehen. Okay. Okay. Der R2 ist tief in dieser Höhlen eingedrungen. Vielleicht sogar bis zum Aurora-Gericht. Und wir schießen da. achte um mal da kommen welche ich meine dann hat er für die sie sind so leicht zu töten schön warum interessieren sich die mars adepten für altes gestein wir wissen nicht welche geheimnisse es wirkt mir egal hauptsache ist schmeißt eigentlich granaten ja manchmal nicht bei den kleinen dinge ich bin ich da sehe wenn da ein portal kommt dann schmeiße ich gleich in diesem portal der granate rein hier mensch Ja? Und es sind nur wieder drei hier. Vielleicht wieder dieser Terminator. Wow. Okay, den Terminator habe ich. Ich hoffe, das war nicht Arni. Bam! Deine Helesie hat ein Ende. Gadriel, wissen deine Brüder, warum du schon an der Ehre hängst? Der noble Gadriel. Nachkomme von Lügnern, Dieben, Mördern und Verrätern. Diese schwachen Männer sind längst tot. Konzentration, Bruder! Aber du trägst ihr Vermächtnis in dir, Sergeant. Oh Gott! Da ist ein Sniper. Oh Gott, ich habe keine Muni. Das ist ein Munitionslager. Äh, ich meine keine Ganaten. Apostat bestraft. Lade Munition. Fuck. Kommt da noch welche? Ja, eine liegt da noch. Na ja, hier haben sich ein paar Jungs rein teleportieren, würde ich mal behaupten. Ich muss nachwachen. Ich muss nachwachen. Die fallen vor dem Gerechten wie Blätter im Herbst. Ich muss nachwachen. Meine Güte. Gadriel, bist du ja so ein richtiger Poet? Nein. Okay. Das ist eine Ceramid-Verschwendung. Neues Magazin. Ääh, müssen wir da hin? ja ich glaube wir müssen ja können wir sind ja zwei diese schändung ich habe noch keine kann da sind aber ziemlich viele der länder auf dem kopf wenn er gehört mir oben muss der magier oben ist der magier gott natürlich muss ich nach laden das musste ich versuche mit meiner er ist noch gar nicht das ding muss man kaputt machen noch ein falsches idol gestürzt oder ist ja eine täuschung spart ich habe genug davon sein phantom zu jagen warum haben sie aurora in die ruinen gebracht vielleicht war es bereits hier wie das ein relikt aus dem dunklen zeitalter der technologie das ist sie sie werden sich auf das mars abkommen berufen die verdammte suche nach wissen na gut da gibt es munition auf jeden fall da gibt es auch munition er hat sich einfach so gedacht ich teleportiere mich mal zu euch ich habe ihn doch gar nicht er will uns zu grillen hier der kompader muss doch nicht sein da gibt es noch ich will noch einen werfer oh munition gesichert mensch t100 oder t1000 kann er sich in saracona verwandeln bämm bämm und du kleiner Pisse hatte sich eigentlich mal vor dem letzten schlag weg teleportiert hey kann ich da ist nicht ausweichen lustig oh ist er okay was das sieht gut aus oder noch munition und dann können wir eigentlich schon ähm ja laut aus aus heißt sie gebührend willkommen oh ok gerne oh das sind wieder terminatoren ja granade für euch hier kleinen roboter roboter drei terminatoren gefallen wow oh ja stimmt mensch hat munition gefunden ganz komisch seine angriffe aber nicht auf dem auspekt rein da rein da haltet euch bereit ja eine ziemlich lange mission die nachladen alter was ist das eine groß welt haben sie schon mal eine gesehen nur die mechanischen monstrositäten die daraus empor steigen die marsiane haben alles bewahrt diese ort hätte vor langer zeit zeit gestern kommen ja kurz Ich werde Aurora zerstören. Genau wie die Siegesträume eures jämmerlichen Primaten. Er hört einfach nicht aufzulabern. Er hört doch nicht um sein Geschwätz, Brüder. Wir lassen uns nicht von unserem Ziel ablenken. Der Feind ist uns weit voraus. Diese Spur wird uns zu ihm führen. Der Hexer wird uns nicht mehr entkommen. Weiter zum Mobilisten. Um. Wie schnell euer Imperium die Augen vor der Heresy verschließt, wenn es ihm nützt. Wie lange hast du ihr Volter jetzt? Bis jetzt nur der Tag, weil er in der Röhne rüttet ist. Äh, wer sind denn die Gegner? Ja. Oh nein, ich komme wieder in Terminal. Mann. Ah, du hast ihn. Ah, ne, ich habe ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Ja, ich habe mich geguckt. So hä? Äh, ich kenne dich besser als du dich selbst. Lügen wir nicht immer drunter. Läuft euch nicht auf ihn ein. Du und das Artefakt. Wieder vereint in der Weite von Raum und Zeit. Schöner, gleich sind wir da. Keine Sorge. Warte, 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 warte. Gab es da was Schönes? Ich habe nichts gesagt und ich nichts gehört. Dieser Dämon vernebelt uns den Geist. Verzeiht meinen Fehler. Ich mache mal kurz Kartoffelbrei da vorne. Ich mache kurz Kartoffelbrei da vorne. Ah, du hast diese Waffe, okay. Ja, die große. Kann ich dann machen. 1-1, ein Schlag bei Ausweichen, das. Nachweben. Ja, du kannst nämlich die, wenn du mit diesem Hammer schlägst, wenn du ihn lange gedrückt hältst, dann lädt ihn so aus. Magazinwechsel. Nachschub an Munition. Mehr Feinde. Dieser Abschaum verstecken sich in fauligen Löchern. Ich muss nachladen. All dies war die ganze Zeit unter unseren Füßen. Seit Jahrhunderten. Billionen, Bruder, wenn man den Archiven glaubt. Und auf mehr Welten, als wir je entdecken können. Ich bete, dass alle gefunden und zu Asche verbrannt werden. Gibt es hier keine Granaten? Mein Gott. Wenigstens eine. Wunder. Ha ha. Baaang! Baaang! Aha, okay. Hä? Haben wir nicht alle erledigt? Ne, das war ja noch mal. Okay. Warum, bei Terra, wurden sie nicht endgültig zerstört? Für die Forschung. Die martianischen Priester gehen zu weit. Na, wir nähern uns. Aber die bieten hier. Haben wir euch gestört? Sorry. War nicht unsere Absicht. Oh. 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 Boah. Pische und Stühle fliegen hier um die Luft. Mh. Munition gesichert. Okay. Okay. Und keine Granate. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich muss da ganz nah... Wow. Baaang! Hust du den Terminator erledigt? Noch nicht. Komma. Komm gar nicht zum Aufschlagen. ja der hat solche ist so schnell für mich nein er hat solche ganz komischen angriffsmuster siehst du gar nicht wir werden dir nicht angezeigt das ist so ein terminator mit einem er mit zwei schwerten die selbe macht nutzen wie euer gott imperator tausende die seinen zugang zum wort teil auf dem altar seines dolmens geabfragt er hat schon früher sein schwert gegen seine jünger gerichtet und wird es wieder tun Ich muss nachwarten! Der Wurf wartet schon auf dich, Exa! Mensch! Sie scheint immer stärker zu werden! Ja! Scheint so ist, ob wir laufen, laufen und gar nicht zu dem Obelisken kommen, oder? Nein! Gibt sich auf jeden Fall! Granate? Mensch, wenigstens eine, kommt schon! Hier ist einer! Oh Gott, jetzt bin ich runtergesprungen! Nö, nö, habe ich, habe ich! Kommst du? hey ich hab doch gedrückt es macht den heretikern den gauss leisten wir unseren beitrag ja keiner soll überleben sie können sie erschießen salben wurden dreimal aufgetragen ist außer seine arbeit ist fleißig ist eine zwischensequenz schauen wir sehen in der mission kommen in wenigen minuten werdet ihr sehen die enden sie das bitte ich weiß ich habe jungen der ist 400 jahre alt ist nur ein vorgeschmack darauf was das gerät alles kann ich weiß ganz genau was es anrichten können mein lord so so vertraut mir doch das da das war meine suche nach wissen mein lebenswerk beenden sie das sofort nichts dergleichen menschen vollidiot ja sind die schilder von den droiden auf dem kampf von naboo nicht von den droiden von den ähm gangen was sind die dinger schlangen bei ihnen da auf dem seitlich oben der typ der typ muss eigentlich terminator heißen verdammten dreadnought mensch der ist sauer oder wer größeren hammer hat hier ja 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 Oh Gott! Oh Gott, da kommen... ...Picher. Oh! Oh! Oh, eine Kacke, der kann sich teleportieren, was? ...Vocooooo ...Nerdenn, dann我們 Smoothie etwas постоянно! Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambam ...�езжivan Sie? Bام... ... inviting zurück男se workout! Mensch, dieser Radius. Los, erledigen ihn. Das ist dein Ende, ein elendes Ding. Ja, diese Dreadnoughts, das sind Space Marines, die im Kampf so stark verwundet wurden, dass sie nicht mehr wiederhergestellt werden konnten und sie wurden halt mit dieser Maschine vereint. Oh, okay, noch eine Zwischensequenz, na gut. Ja, ich glaube so einfach wird das nicht. Wer aktiv ist, können er und seinesgleichen hier nicht existieren. Abwarten. Das hier ist erst der Anfang. Mit diesen Geräten schließen wir den Großbeerriss und schicken die Heretiker zurück in den War. Und das alles. Mit nicht viel mehr als einer Bewegung. Wie genial. Sag uns, lieber Luz, aus welchem Ozean stammen diese Perlen des Wissens. Mh. 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 Im Enten. Mh. 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 da kommt jetzt eine große finale oder was ich glaube schon aber ja meine lieben freunde hier machen wir schluss ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ihr bock auf weitere space marines videos habt dann würde ich euch die hier empfehlen wenn ihr bock auf tecken 8 online rankt habt die und schaltet beim nächsten video wieder ein wenn wir mit dem idl chiller die finale spielen